Mein Herr, du bist allmächtig, du bist Gott, du bist Vater. Wir bitten sie durch die Fürbitte und Hilfe der Erzengel Michael, Raphael und Gabriel um die Befreiung unserer Brüder und Schwestern, die vom Bösen versklavt sind. Alle Heiligen des Himmels, kommt uns zu Hilfe. Von Angst, Traurigkeit und Besessenheit bitten wir sie. Befreie uns, oh Herr. Von Hass, Unzucht, Neid bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von Gedanken an Eifersucht, Wut und Tod bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jedem Gedanken an Selbstmord und Abtreibung bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jeder Form sündiger Sexualität bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jeder Spaltung in unserer Familie und jeder schädlichen Freundschaft bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jeder Art von Zauber, Bösartigkeit, Hexerei und jeder Form des Okkulten bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Herr, du, der du gesagt hast, ich hinterlasse dir Frieden, meinen Frieden gebe ich dir, gewähre, dass wir durch die Fürsprache der Jungfrau Maria von jedem bösen Zauber befreit werden und deinen Frieden immer genießen können. Im Namen Christi, unseres Herrn. Amen. Mein Herr, du bist allmächtig, du bist Gott, du bist Vater. Wir bitten sie durch die Fürbitte und Hilfe der Erzengel Michael, Raphael und Gabriel um die Befreiung unserer Brüder und Schwestern, die vom Bösen versklavt sind. Alle Heiligen des Himmels, kommt uns zu Hilfe. Von Angst, Traurigkeit und Besessenheit bitten wir sie. Befreie uns, oh Herr. Von Hass, Unzucht, Neid bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von Gedanken an Eifersucht, Wut und Tod bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jedem Gedanken an Selbstmord und Abtreibung bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jeder Form sündiger Sexualität bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jeder Spaltung in unserer Familie und jeder schädlichen Freundschaft bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jeder Art von Zauber, Bösartigkeit, Hexerei und jeder Form des Okkulten bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Herr, du, der du gesagt hast, ich hinterlasse dir Frieden, meinen Frieden gebe ich dir, gewähre, dass wir durch die Fürsprache der Jungfrau Maria von jedem bösen Zauber befreit werden und deinen Frieden immer genießen können. Im Namen Christi, unseres Herrn. Amen. Mein Herr, du bist allmächtig, du bist Gott, du bist Vater. Wir bitten sie durch die Fürbitte und Hilfe der Erzengel Michael, Raphael und Gabriel um die Befreiung unserer Brüder und Schwestern, die vom Bösen versklavt sind. Alle Heiligen des Himmels, kommt uns zu Hilfe. Von Angst, Traurigkeit und Besessenheit bitten wir sie. Befreie uns, oh Herr. Von Hass, Unzucht, Neid bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von Gedanken an Eifersucht, Wut und Tod bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jedem Gedanken an Selbstmord und Abtreibung bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jeder Form sündiger Sexualität bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jeder Spaltung in unserer Familie und jeder schädlichen Freundschaft bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jeder Art von Zauber, Bösartigkeit, Hexerei und jeder Form des Okkulten bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Herr, du, der du gesagt hast, ich hinterlasse dir Frieden, meinen Frieden gebe ich dir, gewähre, dass wir durch die Fürsprache der Jungfrau Maria von jedem bösen Zauber befreit werden und deinen Frieden immer genießen können. Im Namen Christi, unseres Herrn. Amen. Mein Herr, du bist allmächtig, du bist Gott, du bist Vater. Wir bitten sie durch die Fürbitte und Hilfe der Erzengel Michael, Raphael und Gabriel um die Befreiung unserer Brüder und Schwestern, die vom Bösen versklavt sind. Alle Heiligen des Himmels, kommt uns zu Hilfe. Von Angst, Traurigkeit und Besessenheit bitten wir sie. Befreie uns, oh Herr. Von Hass, Unzucht, Neid bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von Gedanken an Eifersucht, Wut und Tod bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jedem Gedanken an Selbstmord und Abtreibung bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jeder Form sündiger Sexualität bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jeder Spaltung in unserer Familie und jeder schädlichen Freundschaft bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jeder Art von Zauber, Bösartigkeit, Hexerei und jeder Form des Okkulten bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Herr, du, der du gesagt hast, ich hinterlasse dir Frieden, meinen Frieden gebe ich dir, gewähre, dass wir durch die Fürsprache der Jungfrau Maria von jedem bösen Zauber befreit werden und deinen Frieden immer genießen können. Im Namen Christi, unseres Herrn. Amen. Mein Herr, du bist allmächtig, du bist Gott, du bist Vater. Wir bitten sie durch die Fürbitte und Hilfe der Erzengel Michael, Raphael und Gabriel um die Befreiung unserer Brüder und Schwestern, die vom Bösen versklavt sind. Alle Heiligen des Himmels, kommt uns zu Hilfe. Von Angst, Traurigkeit und Besessenheit bitten wir sie. Befreie uns, oh Herr. Von Hass, Unzucht, Neid bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von Gedanken an Eifersucht, Wut und Tod bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jedem Gedanken an Selbstmord und Abtreibung bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jeder Form sündiger Sexualität bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jeder Spaltung in unserer Familie und jeder schädlichen Freundschaft bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jeder Art von Zauber, Bösartigkeit, Hexerei und jeder Form des Okkulten bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Herr, du, der du gesagt hast, ich hinterlasse dir Frieden, meinen Frieden gebe ich dir, gewähre, dass wir durch die Fürsprache der Jungfrau Maria von jedem bösen Zauber befreit werden und deinen Frieden immer genießen können. Im Namen Christi, unseres Herrn. Mein Herr, du bist allmächtig, du bist Gott, du bist Vater. Wir bitten sie durch die Fürbitte und Hilfe der Erzengel Michael, Raphael und Gabriel um die Befreiung unserer Brüder und Schwestern, die vom Bösen versklavt sind. Alle Heiligen des Himmels, kommt uns zu Hilfe. Von Angst, Traurigkeit und Besessenheit bitten wir sie. Befreie uns, oh Herr. Von Hass, Unzucht, Neid bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von Gedanken an Eifersucht, Wut und Tod bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jedem Gedanken an Selbstmord und Abtreibung bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jeder Form sündiger Sexualität bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jeder Spaltung in unserer Familie und jeder schädlichen Freundschaft bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jeder Art von Zauber, Bösartigkeit, Hexerei und jeder Form des Okkulten bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Herr, du, der du gesagt hast, ich hinterlasse dir Frieden, meinen Frieden gebe ich dir, gewähre, dass wir durch die Fürsprache der Jungfrau Maria von jedem bösen Zauber befreit werden und deinen Frieden immer genießen können. Im Namen Christi, unseres Herrn. Amen. Mein Herr, du bist allmächtig, du bist Gott, du bist Vater. Wir bitten sie durch die Fürbitte und Hilfe der Erzengel Michael, Raphael und Gabriel um die Befreiung unserer Brüder und Schwestern, die vom Bösen versklavt sind. Alle Heiligen des Himmels, kommt uns zu Hilfe. Von Angst, Traurigkeit und Besessenheit bitten wir sie. Befreie uns, oh Herr. Von Hass, Unzucht, Neid bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von Gedanken an Eifersucht, Wut und Tod bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jedem Gedanken an Selbstmord und Abtreibung bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jeder Form sündiger Sexualität bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jeder Spaltung in unserer Familie und jeder schädlichen Freundschaft bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jeder Art von Zauber, Bösartigkeit, Hexerei und jeder Form des Okkulten bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Herr, du, der du gesagt hast, ich hinterlasse dir Frieden, meinen Frieden gebe ich dir, gewähre, dass wir durch die Fürsprache der Jungfrau Maria von jedem bösen Zauber befreit werden und deinen Frieden immer genießen können. Im Namen Christi, unseres Herrn. Amen. Mein Herr, du bist allmächtig, du bist Gott, du bist Vater. Wir bitten sie durch die Fürbitte und Hilfe der Erzengel Michael, Raphael und Gabriel um die Befreiung unserer Brüder und Schwestern, die vom Bösen versklavt sind. Alle Heiligen des Himmels, kommt uns zu Hilfe. Von Angst, Traurigkeit und Besessenheit bitten wir sie. Befreie uns, oh Herr. Von Hass, Unzucht, Neid bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von Gedanken an Eifersucht, Wut und Tod bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jedem Gedanken an Selbstmord und Abtreibung bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jeder Form sündiger Sexualität bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jeder Spaltung in unserer Familie und jeder schädlichen Freundschaft bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Von jeder Art von Zauber, Bösartigkeit, Hexerei und jeder Form des Okkulten bitten wir dich, befreie uns, oh Herr. Herr, du, der du gesagt hast, ich hinterlasse dir Frieden, meinen Frieden gebe ich dir, gewähre, dass wir durch die Fürsprache der Jungfrau Maria von jedem bösen Zauber befreit werden und deinen Frieden immer genießen können. Im Namen Christi, unseres Himmels.